Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Britta Bürger Schönen guten Morgen. Heute ist der israelische Historiker Jehuda Bauer mein Gast. Er ist einer der weltweit wichtigsten Holocaust-Forscher und hat auch einige Jahre das Zentrum für Holocaust-Studien in Yad Vashem geleitet. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, Herr Bauer. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Sie leben inzwischen mit 93 Jahren in einem Seniorenheim in Jerusalem, ganz in der Nähe von der Gedenkstätte Yad Vashem. Wie geht es Ihnen dort? Fühlen Sie sich am richtigen Platz? Naja, also ca. 5 Minuten von Yad Vashem entfernt. Und dass Sie in dieser Einrichtung wohnen, haben Sie das selbst entschieden, dort hinzugehen? Nein, bei meinem Alter ist es ziemlich natürlich, in einem Altersheim zu wohnen, nicht wahr? Aber mit Schreibtisch? Nein, ich habe meine Bibliothek dort und die verschiedenen technischen Sachen, die ich brauche, um zu schreiben und zu forschen und so weiter. Das ist sehr bequem. Schreibtisch muss sein. Schließlich haben Sie ja gerade ein weiteres Buch geschrieben über den Antisemitismus, diesmal mit globaler Perspektive. Gerade auf Deutsch erschienen ist ein anderer Band über den islamischen Antisemitismus. Auch darüber werden wir sprechen in dieser Stunde mit Jehuda Bauer. Tatsächlich sind Sie ja Ihrem Namen, Bauer, gerecht geworden. Sie haben als junger Mann im Kibbutzkür gemolken und parallel dazu Ihre Universitätskarriere als Historiker aufgebaut. Herr Bauer, wie haben Sie diese beiden Tätigkeiten zusammengebracht? Das war eigentlich ziemlich einfach. Ich war 41 Jahre ein Kibbutzmitglied und der Kibbutz hat mich unterstützt, hat mir ein Auto gegeben, damit ich vom Kibbutz nach Jerusalem fahren kann. Die Universität hat mir ein Studentenheim reserviert, der einzige Professor an der Universität, der ein Studentenheim hatte. Und die physische Arbeit und die intellektuelle Arbeit zusammenzubringen, fand ich sehr produktiv und sehr gut. 41 Jahre haben Sie dort gelebt. Haben Sie da eigentlich auch Ihre Frau kennengelernt und Ihre Familie gegründet im Kibbutz? Ja, nur ich habe dann den Kibbutz aus Familiengründen verlassen, sonst wäre ich dort geblieben. Ich war dort sehr glücklich. Lassen Sie uns noch weiter zurückgehen, um zu verstehen, wie Sie überhaupt nach Israel gekommen sind. Geboren 1926 in Prag in einer sehr modernen Familie. Beide Eltern waren berufstätig. Was haben Ihre Eltern gemacht? Na ja, mein Vater war lebenslang ein Zionist. Und nachdem Hitler die Macht eroberte in Deutschland, schrieb er auch ein Büchlein gegen die Nazis und so weiter in Prag. Und schon 34 war er in Palästina, um herauszuforschen, was er dort machen kann. Er war schon zu alt, um Landwirtschaft zu betreiben und so weiter. Und das hat dann vier Jahre gedauert, bis wir das Geld zusammenbringen konnten. Da mussten 1.000 englische Pfunde bezahlt werden. Das war eine riesige Summe damals. Da hat man verkauft, was man verkaufen konnte und geborgt und so weiter. Und dann war es so weit und wir bekamen offizielle Wiese nach Palästina. Und noch ein paar Monate musste man sich vorbereiten. Und ganz zufällig, in der Nacht, an der die Deutschen einmarschierten nach Prag, fuhren wir mit einer Eisenbahn zur polnischen Grenze. Ohne zu wissen, was da eigentlich geschah. An der Grenze waren schon SA-Männer, die in den Zug kamen, aber die wussten nicht, was sie mit uns anfangen sollen. Wir hatten doch offizielle Wiesen und so weiter. Und so fuhren wir weiter nach Polen und dann Rumänien und von dort nach Palästina. Zufällig, also im letzten Moment legal ausgereist. Ja, aber das war völlig zufällig. Dann durch verschiedene Länder, bis es zu dieser Schiffspassage kam, nach Haifa. Für Sie als Elf-, Zwölfjähriger war das auch ein Abenteuer? Ja, bestimmt. Ich verstand ja nicht sehr viel. Mit zwölf Jahren versteht man ein bisschen, aber nicht sehr viel. Und wir landeten also in Haifa und so weiter und meine Eltern mussten sich ziemlich bemühen, um zu überleben. Ja, und beide Eltern arbeiteten. Und ich ging in die Schule und seither hatte ich eigentlich nur hebräische Schule, sodass ich nach zwei, drei Jahren schon tief in der hebräischen Kultur verwurzelt war. Und das blieb so. Vorher haben Sie tschechisch gesprochen und auch... Deutsch und tschechisch. Ich habe mit meiner Mutter nur Deutsch. Die Kinderlieder hat sie mir auf tschechisch gesungen. Sonst haben wir Deutsch gesprochen. Mein Vater kam von einer tschechisch sprechenden jüdischen Familie und er sprach beide Sprachen fließend. Und da beide, wie beide Eltern arbeiteten, hatte ich halt Kindermädchen, das verstand nur tschechisch, sodass ich in beiden Sprachen aufwuchs. Um Kindermädchen ranken sich oft wahre Liebesgeschichten. Was haben Sie an Ihrem Kindermädchen geliebt? Na ja, also das Kindermädchen wurde dann Kommunistin, tschechische Kommunistin, die mit meinem Vater lange Debatten hielt. Ja, denn der war alles andere als Kommunist. Und die hatte einen jüdischen Bräutigam. Und der kam auch zu uns oft. Und das blieb so, bis wir weg fuhren. Und Ihre Mutter, haben Sie gesagt, war auch berufstätig. Was hat die gemacht? Handwerk. Sie machte Gürtel, Modigürtel für Damenkleider. Das war ziemlich produktiv. Aber natürlich, das Handwerk wurde im Haus betrieben, in meinem Schlafzimmer, sodass ich dort eigentlich nur spät Nachmittag und in der Nacht war. Da war die Nähmaschine oder was stand da? Ja, na ja, also die Arbeit. Da war immer ein oder zwei andere Frauen da, die ihr halfen. Mein Vater arbeitet in der Stadt. Dann angekommen in Israel. Sie haben gesagt, Sie haben sehr schnell Hebräisch gelernt. Ja. Sie haben den Namen Jehuda bekommen. Der Martin fiel weg. Was hat dazu beigetragen, dass Sie sich schnell mit diesem Land identifiziert haben? Das war auch ziemlich leicht. Denn so wie ich kamen damals viele Juden, gerade in Osteuropa, nach Palästina. Und die Kinder in der Schule waren zu einem großen Teil Kinder von Einwanderern. Und wir lernten sogar Latein ein bisschen. Und natürlich Englisch, weil das ein englisches Mandat war. Und das ging also sehr gut. Wie kamen Sie auf die Idee, Geschichte zu studieren? Weil ich eine wunderbare Geschichtslehrerin hatte. Der Wendepunkt war, als sie uns über Frankreich im 18. Jahrhundert unterrichtete. Und statt die gewöhnlichen Kriege und Louis XIV. und so weiter, hat sie uns erklärt, wie die Bauern gelebt haben. Wie die städtischen Bewohner gewohnt haben. Wie die Intelligenz sich zurecht fand und so weiter. Ich fand diese artvolle Geschichte sehr passend für mich. Und ich habe damals schon mit 16 Jahren beschlossen, Geschichte zu studieren. Wir haben schon kurz erwähnt, dass Jehuda Bauer als Historiker und Autor vieler Bücher eine Universitätskarriere gemacht hat mit den Forschungsschwerpunkten Antisemitismus, Genozide, Holocaust. Herr Bauer, warum haben Sie das nicht nur zu Ihrem Lebensthema gemacht? Warum ist das auch Ihr Lebensthema geblieben? Weil ich hatte eine Begegnung nach meinem ersten Buch über die Geschichte der Juden-Palestinien des Zweiten Weltkriegs. Da war ein Kapitel da über den Holocaust. Ehrlich gesagt, das Kapitel ist schlecht. Das habe ich nachher herausgefunden. Aber ein sehr bekannter jüdischer Partisan aus Vilnius, ein Dichter und Partisanenführer und so weiter, rief mich zu sich und sagt, warum verschwendest du die Zeit? Was ist das wichtigste Ereignis in der jüdischen Geschichte in der modernen Zeit? Da habe ich gesagt, der Genozieter den Juden. Also warum schreibst du nicht darüber? Da habe ich gesagt, weil ich Angst habe. Ich war nicht dort. Während des Holocaust habe ich in Haifa Fußball gespielt, schlechten Fußball. Und ich habe gesagt, ich habe Angst. Und er hat gesagt, das ist ein guter Anfangspunkt, Holocaust zu studieren. Die Angst ist ein bisschen geblieben. Das heißt, ich habe hunderte von, wenn nicht mehr, von Zeitzeugenaussagen gelesen und hunderte aufgenommen. Und jedes Mal war es ein Problem. Die Geschichte ist so fürchterlich. Man gewöhnt sich nicht daran. Das soll man auch nicht. Der Druck hat aber auch nicht nachgelassen, bei Ihnen darüber schreiben zu müssen. Und dieser Kontext hat sich im Laufe Ihres Berufslebens eigentlich immer erweitert bis heute, wo Sie wirklich eine globale Perspektive darauf werfen. Ja. Der Holocaust-Kampf von Deutschland. Oder wie Paul Zellander, der so schön sagte, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Aber das war ein europäisches Projekt. Das waren nicht nur Deutsche. Das waren Polen und Ukrainer und Griechen und Franzosen und Holländer und so weiter. In jedem europäischen Land, das von Nazi-Deutschland besetzt war, gab es eine Gruppe, ob sie die Mehrheit, die Minderheit oder sogar eine kleinere Minderheit war, die mit Nazi-Deutschland kollaborierten. Überall. Auch in Dänemark zum Beispiel. Dass die Juden gerettet hat, dadurch, dass man sie nach Schweden gebracht hat. Aber 6.000 Dänen waren Mitglieder der Waffen, ist es. Schon nicht zu sprechen von anderen Ländern, bei denen es viel mehr waren. Das muss man also global betrachten. Was braucht es, um heute junge Menschen gegenüber Antisemitismus zu immunisieren in einer Welt, in der es eben bald keine Zeitzeugen mehr gibt und immer mehr Verschwörungstheorien im Internet kursieren? Schauen Sie, Antisemitismus ist eine Zivilisationssache, ein Kulturphänomen. Die Propaganda gegen die Juden muss mit einer Propaganda gegen Antisemitismus beantwortet werden. Denn Antisemiten sind Zerstörer ihrer eigenen Kultur. Der Antisemitismus natürlich wendet sich gegen die Juden. Aber es ist eigentlich eine Krebskrankheit, die die Gesellschaft, in der sie sich entwickelt, aushöhlt und vernichtet. Und 35 Millionen Europäer ließen ihr Leben während des Zweiten Weltkriegs, dass zu einem großen Teil von Antisemitismus herkam. 5,7 Millionen waren Juden. 29 Millionen waren Nicht-Juden und die starben, weil, zum Teil wenigstens, wegen des Antisemitismus. Das ist ein wunderbarer Anfang, gegen Antisemitismus sich aufzulehnen. Wollt ihr das wiederholen? Sie hatten, Herr Bauer, verschiedene Gastprofessuren in den USA, sind auch heute noch Berater am Zentrum für Holocaust-Studien in Yad Vashem. 1998 haben Sie im Deutschen Bundestag die Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gehalten und haben in dieser Rede gesagt, dass Menschen nur selten was aus der Geschichte lernen und das Geld auch für die Geschichte des Nationalsozialismus. Woran liegt das? Menschen lernen von der Vergangenheit sehr selten. Manchmal schon. Das sind eigentlich Ausnahmen. Wir möchten eine solche Ausnahme sein. Zum Beispiel in Deutschland habt ihr sehr viel getan, um über den Holocaust und Rassismus und so weiter zu unterrichten. Manchmal zu viel, sodass es den Studenten schon aus den Ohren rauskommt. Aber wenn man das richtig behandelt, so kann das einen großen Einfluss haben. Und die AIRA, also diese internationale Organisation von jetzt 32 Staaten, die eine Schirmorganisation ist für Erziehung, Forschung und Gedenkarbeit über den Holocaust, die hat schon einen Einfluss. Eine Organisation, mit der Jehuda Bauer auch mit 93 Jahren noch aktiv ist. Nach unserem Gespräch fahren Sie, glaube ich, zur nächsten Sitzung. Ja, ich bin der sogenannte aktive Ehrenvorsitzende, weil ich einer der zwei Gründer der Organisation war. Und wir haben heute ein großes Problem mit unseren polnischen Kollegen, wo die wahre Geschichte des Holocaust in Polen schließlich über die Hälfte der Opfer des Holocaust waren polnische Juden. Das ist für uns äußerst wichtig. Und da haben wir eine Kontroverse mit der jetzigen Regierung und eine sehr starke Allianz mit einer sehr großen Gruppe von polnischen Historikern und anderen Akademikern, die mit aller Kraft versuchen, die Wahrheit zu publizieren. Es gelingt ihnen. Sie haben jetzt zwei Bände über was wirklich geschah. Nämlich, dass zwischen 150.000 und 200.000 Juden von den Polen ermordet wurde. Da ist kein Jude dabei in dieser polnischen akademischen Gruppe. Aber mit der Regierung, die auch von der israelischen Regierung unterstützt wird, mit der kommen wir nicht zurecht. Was war eigentlich die radikalste politische Phase in Ihrem eigenen Leben? Was war das radikalste, das Sie selbst je gemacht haben? Naja, also wie mehr oder weniger alle anderen nicht-ultraorthodoxe Juden in Palästina, Israel, habe ich diese ganze Geschichte durchgemacht. Ja, ich war im anti-britischen Untergrund und nahm einen winzigen Teil an der illegalen Immigration nach Palästina vor 1948. Dann war ich im Unabhängigkeitskrieg, war Leutnant einer Infanteriegruppe. Und nachher also noch zwei Kriege durchgemacht, aktiv. Und das letzte war die 1973-Kampagne. Ich habe also diese ganze Geschichte selber mitgemacht. Ich bin eigentlich ein Liberaler. Also ich versuche auch die Leute zu verstehen, die anderer Meinung sind als ich. Es gelingt mir wahrscheinlich nicht immer. Aber man versucht es. Und so wurde man vorbereitet als Historiker. Ich habe in England studiert, ich war palästinensischer Jude, also ich verstand nichts von Christentum. Ging ich ein Jahr ins Kloster in England, um etwas über Christentum zu verstehen. Das hat mir auch sehr viel geholfen. Und zwei meiner Stiefsöhne sind nahezu Buddhismus. Die haben mich gezwungen, auch holistische Literatur zu lesen, sodass ich verstanden konnte oder versuchte wenigstens, eine religiöse Sicht auf die Gegenwart und die Vergangenheit zu entwickeln. Dadurch kam ich zu ziemlich radikalen Schlüssen, die ich veröffentlichte. Was ist für Sie im heutigen Israel am schwierigsten auszuhalten? Gott, schauen Sie, das ist, wir sind ein, das habe ich so geschrieben, ja, in einem der Bücher, die jetzt verkauft werden hier. Wir sind ein widerspenstiges Volk, ja. Wir existieren dadurch, dass wir innere Kontroversen haben. Die ganze jüdische Geschichte beruht auf innerer Kontroverse. Die größte Gefahr für das jüdische Volk, meiner Meinung nach, ist, dass es vereint wird. Wenn wir uns vereinen, geht es nicht weiter. Es müssten Kontroversen da sein. Das ist das, was das Judentum entwickelt hat. Wir sind ja keine Rasse, oder wir sind so gemischt wie jeder Berliner Pudel, Straßenpudel. Ja, es gibt weiße Juden und schwarze Juden und braune Juden. Und wenn es grüne und blaue Menschen gäbe, gäbe es auch grüne und blaue Juden. Also es ist nicht genealogisch, es ist kulturell, zivilisatorisch. Gerade ist es Netanyahu nicht gelungen, eine neue Regierung zu bilden. Es wird im Herbst wieder Neuwahlen geben. Viele, vor allen Dingen junge Israelis, haben in den vergangenen Jahren das Land verlassen, sehen keine Zukunft für sich dort. Können Sie diese jungen Leute verstehen? Ich glaube, auch einer Ihrer Söhne ist ausgewandert. Naja, das ist weit übertrieben. Ja, es gibt einige Tausende von Jugendlichen und nicht nur Jugendlichen, die Israel verließen in den letzten Jahren. Aber die ganze Geschichte der Juden in Palästina, Israel, können Sie das verfolgen? Die Überlebenden aus dem Holocaust, die in deutschen und österreichischen DP-Camps einige Jahre lebten, die große Mehrheit emigrierte nach Palästina, Israel dann. Und eine ganze Anzahl von ihnen, man weiß nicht ganz genau, aber man nimmt an, zwischen 20 und 30 Prozent, verließen dann das Land. Also das ist nicht neu. Es ist ein schwieriges Land. Und die, die dort bleiben und mit verschiedenen Meinungen und so weiter, verschiedener Politik, das sieht man ja, wollen das Land entweder so lassen, wie es ist, oder ändern. Was für eine Regierung bräuchte Israel in Ihren Augen? Ich will mich dazu nicht äußern. Ich habe natürlich meine Meinungen. Die sind, wie jeder Israeli, denke ich, dass meine Meinung viel besser ist als die aller Politiker in Israel. Das ist selbstverständlich. Aber ich bin nicht in Berlin, um Israel zu kritisieren von hier. Das kann ich zu Hause machen. Und ich finde, dass es nicht richtig ist, außer an im Prinzip. Ich kann sagen, denn das habe ich veröffentlicht, dass ich kein Unterstützer der jetzigen Politik bin, der rechtsgerichteten Politik, der Besetzung des Westjordaniens durch Israel. Und ich lasse es dabei. Natürlich sind daraus politische Folgen. Aber die mache ich dann in Israel. Ich habe auch überlegt, mit Ihnen über Themen zu sprechen, wie die aktuelle Kippa-Debatte in Deutschland. Ja, bitte. Oder die Diskussion um die Al-Quds-Demo, die an diesem Samstag wieder stattfindet und zu Protesten führt. Aber angesichts Ihrer Äußerung hier wird doch deutlich, dass Sie immer wieder die ganz große Perspektive suchen, den globalen Rahmen. Wie wichtig sind dennoch die kleinen Themen? Sie sind sehr wichtig, denn die globale Situation wächst aus den kleinen Themen herauf. Diese Kippa-Sache in Deutschland ist hochinteressant damit. Meine Antwort ist natürlich, man muss bescheiden sein. Ein uralter Pensionär in einem Altersheim in Jerusalem hat kein Recht, die Bewohner in Deutschland zu beraten, wie sie sich benehmen sollen. Aber ich kann meine eigene Meinung sagen. Ich glaube, alle Juden, Atheisten, säkuläre, liberale, nicht-traditionelle Juden und natürlich die Religiösen, sollen mit der Kippa auf dem Kopf überall gehen. Und sie werden bestimmt von einer großen Anzahl von Nichtjuden begleitet, die auch die Kippa, wie das in der Bild-Zeitung dargestellt wurde. Auf den Kopf setzen, als Protest, nicht nur theoretischen Protest, sondern praktischen Protest gegen Antisemitismus. Das hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung vorgeschlagen für diesen Samstag, dass die Menschen die Kippa tragen sollen. Und das soll auch in Frankreich der Fall sein, wo es nicht der Fall ist. Und trotz der Unterstützung der französischen Regierung. Und ich glaube, die Antwort an den Antisemitismus kann niemals ein Rückzug sein. Niemals. Da muss man sich der Gefahr stellen. Natürlich wieder für einen Israeli ist das leicht zu sagen. Aber ich glaube, es muss gesagt werden. Der islamische Antisemitismus, eine aktuelle Bedrohung. Das ist der Titel eines gerade aktualisierten Buchs von Jehuda Bauer, dem israelischen Historiker, der heute bei uns ist. Das Buch wurde gerade in Berlin vorgestellt. Da kam eine Frage auf, danach in der Diskussion, die ich mir auch gleich beim Lesen gestellt habe. Warum sprechen Sie vom islamischen und nicht vom islamistischen Antisemitismus? Das könnte man in Deutschland schnell missverstehen. Im Islam ist eine antijüdische Einstellung sehr klar. Das ist im Koran. Der Islam kristallisiert sich durch den Kampf gegen jüdische Stämme. Und das ist ein Grundfaktor der Entwicklung des Islam. Und doch geht es Ihnen in dem Buch ja vor allen Dingen um den radikalen, den fundamentalistischen, den dschihadistischen Islam. Naja, also es gibt auch einen anderen Islam. Ja. Und deswegen kann man sowohl über islamistischen, auch islamischen Antisemitismus sprechen. Vielleicht hat die Kritik etwas an sich, islamistischer Antisemitismus wäre vielleicht genauer gewesen. Denn die Antwort auf diese radikale, antijüdische Einstellung ist eine Allianz mit nichtradikalen Moslems. Die Mehrheit, also der moslemischen Gesellschaft. Nicht nur in Deutschland, sondern überall. Auch in den islamischen Ländern. Es gibt islamische Länder, wo der Antisemitismus sehr minorisch ist oder nur am Rande. Es gibt islamische Länder, nicht arabische, aber islamische Länder, wo radikaler Antisemitismus der Konsens ist. Das ist inklusive der Holocaust-Verleugnung. Das gibt es zum Beispiel in Zentraleuropa fast nicht. Diese ganz radikale Einstellung, wo die Juden erst vor ein paar Tagen durch den führenden islamistischen Theologen wieder wiederholt. Die Juden sind die Verfluchten des Gottes und sind die Nachfolger von Affen und Schweinen. Das ist offen gesagt im Fernsehen. Das sehen Millionen von Leuten. Und es gibt eine Opposition dagegen. Das ist das Mittelalter, das bis ins 21. Jahrhundert reicht? Nein, das ist nicht Mittelalter. Das ist Vormittelalter. Und es gibt einen anderen Islam, der die Juden akzeptierte. Obwohl theoretisch sie feinde waren. In Spanien zum Beispiel im 11. und 12. Jahrhundert, die sogenannte goldene Zeit, das gab es. Da gab es einen jüdischen Anführer. Der war ein Besier, also Premierminister, wenn Sie wollen, eines islamischen Staates. Er war auch ein General. Er führte arabische, islamische Truppen gegen die christlichen Spanier. Also, das gab es auch. Es gab auch Verfolgungen im Islam von Juden. Auch Massenmorde. Und das beruht, Antisemitismus ist ja die Kulturerscheinung. Im Christentum und im Islam. Aber es ist eine Minderheitserscheinung in der Welt. Denn unter den Chinesen und Indern und zu einem großen Teil auch Indonesien und so weiter, können sie Antisemitismus nicht finden. Gibt es hier nicht. Wenn Sie sagen, die einzige Lösung sei, sich mit dem nicht radikalen Islam zu verbinden, dann bedeutet das ja auch, offener zu sein für die Muslime unter uns. In Deutschland, in Israel, in allen anderen Staaten auch. Schauen Sie, ich glaube, da ist eure Regierung auf derselben Linie, die ich da vorgeschlagen habe. Nämlich gegen die Islamophobie, gegen den Hass gegen die Moslems als solche. Denn das füttert den Antisemitismus unter anderem. Also eine Allianz zwischen nicht radikalen Moslems und der anderen Welt. Das können die Juden allein nicht machen. Die Juden sind eine winzige Minorität in Deutschland und in Europa überhaupt. Wir sind in der ganzen Welt ungefähr 12 Millionen Juden. Das heißt also, unter etlichen Milliarden von Menschen sind wir eine verschwindende Minorität. Das können wir nicht alleine machen. Und wir haben Alliierte, zum Beispiel seit 1965 der Vatikan, die katholische Kirche und besonders der Jesuitenorden. Vor 100 Jahren hätte man mich in eine Ehrenanstalt geschickt, wenn ich das gesagt hätte, dass die Jesuiten unsere Alliierten werden. Und natürlich nicht in jedem Land sind die Katholiken so, wie der Vatikan es möchte. Die Idee, dass wenn der Papst im Vatikan hustet, die ganze katholische Welt gesundheitssagt, ist falsch. Ja, das sind wie jede menschliche Gesellschaft, sind da verschiedene Meinungen und so weiter und innere Kämpfe. Und die offizielle Ansicht des Vatikans, besonders seit Johannes dem 23. und viel mehr noch dann unter Johannes Paulus dem 2., ja, dem polnischen Papst, der ein projüdischer, konservativer Katholik war, sein einziger Freund war ein Jude, der lebte in Rom, mit dem traf er sich. Sein einziger Besuch in Israel, nach dem Besuch habe ich dann geschrieben, dass wenn der Papst Johannes Paulus ein Premierminister werden wollte in Israel, so würde er jetzt 98 Prozent der jüdischen Stimmen bekommen. Also das gibt es auch. Jehuda Bauer, Sie sind im April 93 Jahre alt geworden, wie wir hören, noch hellwach, noch sehr aktiv, haben selbst mit dem Smartphone keine Probleme. Was haben Sie noch vor? Was möchten Sie gern noch umsetzen? Ja, ich habe natürlich Verwandte, die meine Probleme mit dem Smartphone und dem Computer lösen. Den beschäftigt mich nicht. Aber ja, ich versuche weiterzuforschen, soweit ich eben kann, ja. Da ich einige Sprachen sprechen lernte. Welche? Also, polnisch, slowakisch, französisch und ich kann ein bisschen mit Schwierigkeiten serbo-kroatisch lesen. Slawische Sprachen und natürlich jüdisch. Das habe ich als Fremdsprache gelernt übrigens, denn ich fahre kein jüdisch, ja. An der hebräischen Universität habe ich jüdisch als Fremdsprache gelernt. Das ist auch ziemlich lächerlich, aber so ist es eben. Und ich habe mich mit der Geschichte der Roma, hierzulande sagt man Roma und Sinti, das ist Deutsche und Württemberger, ja. Das Sinti ist ein Teil der Roma, ein Stamm der Roma. Ich habe über die Roma geschrieben, lange geforscht in verschiedenen Sprachen und bin zu ganz unerwarteten Schlüssen gekommen, nämlich, dass wir sehr wenig wissen. Auch die Zahl der Opfer. Ich sprach von 150.000 und es ist mir klar geworden, dass es übertrieben ist. Es waren wahrscheinlich 120.000, aber das war ein Genozid. Und wir müssen das behandeln, wir müssen das forschen und so weiter. Das machen Sie weiter. Bleiben Sie weiterhin so aktiv, Jehuda, Bauer. Kommen Sie gut zurück nach Jerusalem und hoffentlich auch wieder nach Deutschland. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch bei uns und für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank.